Gudrun Landgräbe ist eine deutsche Schauspielerin. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie 1983 durch die Darstellung der Edelhure Eva in Robert van Ackerenz Die flambierte Frau. Leben, Herkunft und Ausbildung Gudrun Landgräbe wurde im Juni 1950 als Tochter eines Beamtenehepaars in Göttingen geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Bochum. Von 1968 bis 1971 besuchte sie die Schauspielschule der Keller in Köln. Theater Nach Ende der Schauspielausbildung gab Landgräbe 1971 am Stadttheater Bielefeld in Joachim Jomeiers Stück Die fantastische Geschichte des Kim van Dong ihr Bühnendebüt. Anschließend war sie an verschiedenen deutschen Bühnen engagiert, wie 1972 an der Badischen Landesbühne in Bruchsal, am Städtebundtheater Hof, 1974 am Landestheater Detmold und bei den Kreuzgangspielen Feuchtwangen sowie am Stadttheater Pforzheim. Von 1977 bis 1981 gehörte sie zum festen Ensemble der städtischen Bühnen Dortmund, wo sie die Hellen in Josef Kesselrings Arsen und Spitzenhäubchen, die Nina in Frank Wedekins Frühlings erwachen, die Leni in Oedön von Horvaths Italienische Nacht, die Marie in Ferenc Molnars Lilium, die Tochter Hassenreuter in Gerhard Hauptmanns Die ratten und die Desirée in Ferdinand Bruckners Krankheit der Jugend gab. Ab Januar 1992 gastierte Landgräbe am Stadttheater Essen in Hans Magnus Enzensbergers Bühneninszenierung Die Tochter der Luft. Film und Fernsehen Ihr Filmdebüt hatte Landgräbe im Alter von 27 Jahren in Peter F. Bringmanns Aufforderung zum Tanz, wo sie die Rolle der Friseurin Ulla und der Geliebten der von Marius Müller-Westernhagen verkörperten Hauptfigur Theo Gromberg übernahm. 1981 folgte für sie mit dem Spielfilm Double Trouble ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Sie verkörperte an der Seite von Jochen Schröder ein junges Akademikerpaar. 1983 wurde sie von Robert van Ackeren für seinen Spielfilm Die flambierte Frau verpflichtet, wo sie die Edelhure Eva spielte. Mit dieser Rolle gelang ihr der internationale Durchbruch. 1984 wurde sie in Burkhard Driests Annas Mutter in der Titelrolle der Marianne Bachmeier besetzt, die im Gerichtssaal den Mörder ihrer Tochter erschoss. In Edgar Reitz, Hunsrücksager Heimat – Eine deutsche Chronik war sie die große Liebe der von Peter Harting gespielten Hauptfigur Hermann Simon. Hans-Christoph Blumenberg besetzte sie neben Barbara Ruttnick und Armin Müller-Stahl in seinem Filmdrama Tausend Augen als kriminelle Strippen-Zierin Lohmann. Unter der Regie von István Schabó sah man sie in Oberstredel als Baronesse Katalin Kubini und zeitweilige Geliebte der Titelfigur Alfred Redel. In dem deutsch-italienischen Filmdrama Leidenschaften verliebte sie und ihr Mann sich als Diplomatenfrau Luise von Hollendorf in die junge Japanerin Mitsuko Matsugi. Eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin, erhielt sie für ihre schauspielerischen Darstellungen in Dominique Graf's Die Katze als Jutta Esa, einer Komplizin des von Götz-George gespielten Bankräubers Probek und in Helmut Dietls Rossini, oder Die mörderische Frage, wer mit wem schlief in der Rolle der schönen und selbstsüchtigen Valerie. In den 1990er Jahren übernahm sie auch zahlreiche Gastauftritte in Kriminalserien wie Wolfs Revier, Ein Fall für zwei, Der Alte, Derrick oder Shishka. 1993 übernahm sie die Rolle der Daniela Pierboni in der von der Reihe, Imagine e Cinema und der deutschen Beta-Film produzierten vierteiligen Miniserie Mord in der Toskana und war neben Maja Marano die einzige deutschsprachige Schauspielerin, die in dieser Serie mitspielte. In der Krimiserie Tresco war sie 1996 an der Seite von Mario Adorf als Katrin Tresco zu sehen. 1990 war sie in dem zweiteiligen Thriller Die kalten Bach-Papiere als Eva Sardowski, deren Mann, der Journalist Tom Sardowski, illegalen Waffenhandel betreibt. In dem tschechisch-deutschen Märchenfilm Schneewittchen und das Geheimnis der Zwerge übernahm sie unter der Regie von Ludwig Raser die Rolle der bösen Stiefmutter und Königin. In Mark Roth-Emonds Liebeskomödie Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit spielte sie die verklemmte Cornelia, die beim Einkaufen Bekanntschaft mit der extrovertierten Hilde macht. In dem österreichischen Politthriller Opernball war sie 1998 neben Heiner Lauterbach als Claudia Röhler zu sehen. In Die Sünde der Engel basierend auf dem gleichnamigen Roman von Charlotte Link war sie in der Hauptrolle der Julia Baerbaum, deren Sohn nach einem Sexualmord zu einer langjährigen Zwangstherapie in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt wird, zu sehen. 1999 spielte sie in Gabriel Baröles Wer liebt, dem wachsen Flügel die Therapeutin Lisa und verkörperte an der Seite von Jürgen Prochnow die Anwältin Dr. Laura Heine in die Millennium-Katastrophe Computercrash 2000. In dem Fernsehkrimi Dona Leon – Vendetta, dem Auftaktfilm der Dona Leon-Verfilmungen, übernahm Landgräbe die Rolle der Franka Trevisan, deren Ehemann Carlo während einer Zugfahrt erschossen wurde. Daneben spielte sie wiederkehrend mit Walter Kreie, U.A., in der Vemp im Schlafrock und herzlichen Glückwunsch, Götz-George, wie etwa in Viktor Vogel – Commercialmann und verliebte Diebe und mit Günther Maria Halmer in den Fernsehfilmen Herz oder Knete und alles Samba. Für ihre Darstellung der dänischen Königin Margrete II. In dem ARD-Zweiteiler Störte Becker wurde sie für den österreichischen Fernsehpreis Romi nominiert. In Hänsel und Gretel – Ein Fall für die Supergrenie – Einer Episode aus der ProSieben-Märchenstunde, war sie an der Seite von Axel Stein und Janin Reinhardt als böse Knusperhexefrau Gutkind zu sehen. Von März 2009 bis April 2010 gehörte sie als Gerichtsmedizinerin Dr. Brigitte Fukert zur Stammbesetzung der dreiteiligen ARD-Krimireihe Kommissar Labrea mit Francis Fultons mit in der Titelrolle. 2010 wurde sie in Oscar Röhlers Jutsüßt-Film ohne Gewissen als Affäre Frau Frohwein des österreichischen Schauspielers Ferdinand Marian besetzt. Im selben Jahr bekam sie den Ehrenpreis des hessischen Ministerpräsidenten für besondere Leistungen im Film- und TV-Bereich verliehen. Auf der Kinoleinwand war sie 2011 in dem in der Nazizeit spielenden Film Wunderkinder in der Rolle der jüdisch-kommunistischen Musiklehrerin Irina Salomonova zu sehen. In Bernd Fischerauers dokumentarischen Spielfilm Die Reichsgründung und dessen Fortsetzung Die nervöse Großmacht übernahm sie die Rolle der Sozialistin Sophie von Hatzfeld. In Der Mann ohne Schatten – dem dritten Film der Joachim-Fernau-Krimireihe – spielte sie Katharina Gebhardt, die ihren Bruder, nachdem er 30 Jahre lang verschollen war, in Kuba durch den Anwalt Fernau suchen lässt. In der sechsteiligen Mystery-Miniserie Weinberg übernahm sie die Rolle der Therapeutin Dr. Wieland und war im gleichen Jahr als Buchverlegerin Ehrmann neben Barnaby Metschurath in dem ZDF-Fernsehfilm Tiefe Wunden – ein Taunuskrimi zu sehen. In Böse Wetter – Das Geheimnis der Vergangenheit – dem letzten Film mit Götz-George – war sie Ilona Gera, die Mutter des von Matthias Köberlin gespielten Geophysikers Dr. Leonard Gera. In der achtteiligen satirischen ZDF-Polizserie in bester Verfassung war sie 2019 als Verfassungsschützerin Mechthild Dombrovsky, die eine islamistische Provinz-Terrorzelle erfindet, um ihren ruhigen Kleinstadtpusten behalten zu können, zu sehen. Privates Gudrun Landgräbe lernte 1982 im Anschluss an die Dreharbeiten der Hunsrück-Saga Heimat, eine deutsche Chronik den Arzt Ulrich von Natusius kennen, den sie im Juni 2001 in Simmern, Hunsrück heiratete. Sie lebt mit ihm wechselweise in Berlin und auf dem Lande. Sie ist Botschafterin der Pink Ribbon Deutschland Kampagne zur Früherkennung von Brustkrebs. Auszeichnungen 2010 – Ehrenpreis des hessischen Ministerpräsidenten für besondere Leistungen im Film- und TV-Bereich 2020 – Ascania Award.